ja und willkommen mein name ist an europa und ich bin bittel mario master und ich mache jetzt mal paket hier auf was ich gerade gekommen habe ich das fässchen papier stapel ausgezeichnet wir sind hier jetzt hier überlebenskünstler extraordinär wir haben jetzt hier voll viele geile klamotten kann ich jetzt so langsam aber sicher die tasse wegschmeißen jetzt war ich noch so eine flasche wir haben zuerst mal seetank finden wo ist der dunkel da war darüber drin anscheinend ja kommt wir sollten mal schlafen gehen ich war voll verdammt na ja mal schlafen so schade mal den part vernünftig schlafen also du verteidst die ganze klamotten ja weil die ganze zeit voll bis wahrscheinlich nicht ja ich kann nichts dafür ich lasse die ganze sachen fallen ich versuche ja schon jetzt mehr zu stellen und so naja ich bin auch voll war nicht tun wir den schrott hier auch mal hier unsere erste sind die steine brauche ja auch nicht nägel können da auch rein so alles was geschmolzt werden kann habe ich hier eingepackt dann tun wir mal eine riesige insel ist schon wieder ja gar nicht fertig hier müssen wir ja als andere mal wo es unser wasser da ja ich nehme mir mal oma oma ich bin voll 345 ich hätte die flasche ich hätte auch eben die flasche können und die menschen dann wäre wir werden nämlich sofort freund gewesen und die kiste keine kiste ich kann es mal wie viel kann sein davon trinken glaube ich wieder drei oder vier mal wenn die flasche voll ist ich glaube wenn sie voll ist vier mal okay kann ich diesen einen anker machen sind einen besseren anker so ich bin immer auch gar nicht so als stationäre anker ja ich muss mir nicht immer neu erstellen da bin ich perfekt dass das wäre wirklich perfekt so wie groß hat ist ich brauche platz dafür ja 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 ich habe keine feile mehr aber ich weiß was man machen muss glaube ich dafür bräuchte platzmann war ich muss das hier auf unserem flot irgendwo machen ich glaube da muss ich da irgendwie so ein loch oder so ja dann ist da so ein loch und dann nehme ich mal muss ja zu reinpacken war ich tue mal ein ich tue mal deinen feuerkorb da irgendwo hin das ding ist riesig also ich tue mal eine so ich muss ein paar sachen hier umordnen über platz haben weil man diese insel kommt mir so bekannt vor ich glaube auf dieser insel waren wir schon ja auf dieser insel waren wir schon muss ich echt ein loch machen war war ich habe keine axt doch da ist eine axt warte mal wo willst du das machen irgendwo hier glaube ich wenn er passt ja wenn wir dann ein loch rechte ein loch ich weiß nicht ja perfekt da kann man kann es jetzt einfach ja so lohnen runter lassen nämlich an wie denn nein nicht entfernen nicht entfernen wir macht man hat denn ich war hier an der kurbel cool aber wir müssen auch keine sorgen machen hat der kaputt geht die ganze zeit geil technologie technik abgenickt von technik ist ja wirklich die gleiche insel ja sieht richtig aus wie die gleiche insel das verschwinden anker einziehen anker lichten und steht sogar da ausgerechnet wird von ihrer hau perfekt jetzt mal kein ups jetzt mal kein an kann die ganze zeit wieder herstellen er war von nerven ja genau drehen drehen wir das säge adios wow jetzt war gelandet da schießen ab ich habe keine abpackt hätte hier hätte ich nicht machen können ich habe ich hatte keine munition und ich brauche steine und ich brauche vor allem kunststoff steine habe ich hier steine sind ja noch irgendwo im ding ich habe ich habe gerade voll schaden bekommen ja nein nicht insoffene mehr schwimmen und stehen jetzt mal der blöde vogel er ist jetzt der tod aber der glitscher die ganze her und her ich kann nicht rupfen ich kann den blöden vogel nicht rupfen so mein gott dem vogel gerupft ja anker werfen anker lichten gerade ich sehe einen großen schatten da wir müssen ja schmerzt ja nichts drin sand haben wir nicht mehr ich schaue ich kann ja noch mal schauen ob ich habe jetzt metallerzeilen gewollt nein ich glaube ich sterbe scheiße 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 ich hab ich hab fast keine leben mehr keine sache bis auf dem floß nichts passieren da kann doch was passieren bringt und nein du fällst du dieses loch rein weil ja da da wo der anker ist du kannst denn wirklich dieses loch reinfallen bringen uns bloß hier weg ja ich habe schon anker gelichter da bewegt ich halte ein bisschen lang wo da soll ich die ganze zeit stehen bleiben immer in bewegung bleiben ich glaube ich glaube ich glaube dass wir irgendwo festhängen noch weit sterben wir bewegen auch schon so was können wir uns denn noch bauen mehr lagerräume ich glaube ich bin noch ein lagerraum wir brauchen mehr lagerräume auf jeden fall mehr lagerräume brauchen wir denn alles hier ja ich habe getroffen aber er mich aber auch fast tot ja aber bei ihnen getroffen ich habe gerade im forschungstisch hier entfernt um ihn zu mannach zu platzieren da hat mich in erde man damit 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 du mehr leben hast ja ich war gerade im forschungstisch hier um platzieren aber hier wird schon wieder leicht und vogel frisst ihr unser zeug weg ich brauche mehr kunststoff dann kann ich mir nämlich mehr da kann ich mir nämlich mehr pfeile machen kann dann kann ich uns nämlich versuchen gegen geier zu verteidigen das ding ist aber aber leider ich finde hier nirgendwo kunststoff da sind steine steine brauche ich auch nicht überhaupt unser reich hat blöd direkt wieder nach so nix gehen machen so ich tue mal alle federn da rein nein ich bin tot wo wisse ich lege ich liegt beim nicht beim reiniger dann geht eine hängematte ich bin auch gleich tot ich muss aufpassen okay ich habe wieder die hälfte meiner in meiner leben so egal wenn wir die flasche voll machst du kannst du da in vier mal draus trinken ich glaube wie viele fehler haben wir denn das aus dem fehler haben die feile machen wir mal hier neben forschungs ich brauche mit teilbar war da kann ich daraus auch mit irgendwie eine verschwendung ja ich habe immer alle hier reingepackt ja ich mache ich mache man aber noch wo man noch so steine tue ich auch mal hier rein so ich habe mal jetzt genug klanken ja ich werde mal die flasche erforschen dann können wir uns nämlich noch mehr sachen machen ja okay ich habe ich habe zwar die flasche verloren aber ich habe noch die tasse okay muss ich halt wieder ein bisschen klar dass sie gehen ich renne noch von allen ordnern aber es regnet perfekt noch mal mehr mehr seile nicht die ganzen sauerstoffflasche da verbrauchen wir eine flasche und wir brauchen halt wer dieses klitterpflanzen gegliver ja ein fernglasser habe ich auch gemacht weiße wo wir das finden kochtische teilbaren bolzen dann haben wir eigentlich nicht meine wir gehen ja nicht kaputt ich glaube ich habe meinen aus gesehen irgendwie dann kann ich in einem mülltonne packen ja da fernglas brauchen wir zwei flaschen bolzen und viel glas das echt hier wer will dann auf das bilder noch auf das müll einmal symbol klicken und das ist weg so mein gott was für eine aufregung behälter für saft ich mag magst du auch saft ja ich mag sagt dass man mit so einer neuen anbaufläche da kann man eine größere anbaufläche versuchen zu bauen tatsächlich ja ich kann man mich mal eben ich kümmere mich mal ums essen aber wo haben wir großartig ist wo ist die anlauffläche ich mag die ratung wohin aber ich habe schon wieder platz kann hat ja um ändern irgendwann ja ich will auch versuchen das bloß noch größer zu machen machen aber warum ich doch gar nicht so viel kunststoff kunststoff den ich nicht habe guck mal mangos da einpacken können oder die ananas konnten wir anders anpflanzen ich weiß auch nicht anders konnten wir glaube ich anfassen und wenn die mangos haben auch keine mangos mehr ach nee bitte nicht schon wieder entschuldige ich mal eben einen moment man kann ich mal währenddessen so viel zurück ich hoffe mal dass man das jetzt nicht nicht im video gehört hat ja gut weil man kann man das erscheint wohl erscheint wohl wieder schützen fest zu sein das nutzloseste event was es überhaupt gibt auf dieser welt letztlich bäume züchten ja wenn wir uns bäume machen dann können uns jedes mal wieder holz ja wie wieder neue planken machen naja da waren wir palmsamen aber glaube ich ne ich glaube schon ja und ich habe mir erst mal hier wieder neu spiel und ich glaube wir sollten da wieder schlag ja ich trinke erst mal was wir eingebaut ja meinst du wir sollen doch los erweitern ja natürlich damit wir auch wieder mehr platz haben wir brauchen den platz da ist meine hängematte meine hängematte meine hängematte aber erst mal ich hoffe ich hoffe wirklich dass wir nicht im video nur ich war nicht super aber wenn du wüsstest wir was was die da immer für einen krach machen kann ich mir jetzt mehr so samt martin zug der wenn sagt martin durch pommes und salat durch pommes und salat reitet ich sehe leider nirgendwo kunststoff pangosamen palmsamen da sind welche ja palmsamen versuch man baum zu pflanzen ja mache ich denn wenn wir nicht baum haben dann können wir den ja wieder fällen das heißt wir haben wir hätten dann halt wieder neue neue planken immer wieder ja beim samen bräuchte frisches wasser dafür wasser haben wir genug wir haben jetzt wir haben jetzt jetzt was infinite mäßiges ja ja so dann tue ich mal die wassermelonen samen reinpacken ich fange erst mal an die kartoffeln zu futtern wassermelonen ananas kommen die auch mal weg die beiden rüben rein rüben immer diese rüben ja nicht mal kunststoff um los zu erweitern ich war auch kunststoff ich habe nämlich nur zwei ich wäre gleichmäßig das klicken das floh das kloß das floß erweitern aber warte mal ich kann hier schon mal einzeln lassen so schon eigentlich machen wir jetzt irgendwie nicht so soweit nicht so versandt oder irgendwie so hat man eigentlich nur zeit hier erstmal jetzt hier um alles hier ja wir brauchen halt wieder viel seetang und wir brauchen viel metallerz mit metallwaren herstellen können ja total bin ich schon die ganze zeit fleißig am reinpacken da vogel über nicht so groß ich weiß gar nicht wo unsere sachen manchmal sind das ist immer noch nicht gegossen ich dachte du hast gegossen nein warum hast du nicht gegossen ich habe es getrunken was ist getrunken ich bin auch hin ich bin auch fingerrand und hab's getrunken vorher nach ok ich bin ich bin komplett voll also ich habe als komplett voll zum ersten mal ja auch alles komplett voll und wir steuern auf eine insel zu ich sehe da eine insel aber irgendwie steuern wir in die richtige richtung ja was so ein luxus ja wir haben vor den luxus luxus leute luxus hat er meinen noch ja ist weißer samen palmer ja voll viele palmen samen natürlich mal hier aber eine kiste die reinpacken können wo man das hier natürlich mal die welt ja auch noch hier reinpacken auf den grill mit die mal weg kommen oder bunt barsche die sind ja gar nicht groß oder steuern wir überhaupt auf die insel zu glaubt nämlich ich glaube weiß ich doch nicht manchmal geht hat nicht wenn die strömung ich ja die strömung statt war wieder nicht mit ich diesmal wenn man zu gießen so prämen samen kommen wir da rein so ich habe gegossen das ding abgerissen und ich stand genau drauf das sind überhaupt unsere schuhe da sind unsere schuhe an unseren füßen quatsch haben wir gar nicht ach ach sie mal an ach so wir haben da gar nichts drin das sind wir keine strömung wir uns gehen langsam die metallärzte hause kommen wir damit auch herstellen können und dann mal noch hier ist sauerstoffflasche bohr damit können wir länger unter wasser bleiben perfekt wenn wir halte na wie heißt es wenn wir das sehe so jagen oder irgendwie nach schätzen wir brauchen wieder mehr lager kann ich alles machen nein ich kann keins machen ich habe kein kunststoff normal ist wie wir waren wir waren ja ganz billiger loot ja sag mal hast du ein scharnier aber irgendwo müsste vielleicht einer sein wenn du ein scharnier hast dann dann bitte bescheid sagen kann es mir geben dann kann ich nämlich großes die ganzen samen irgendwo im packen da essen ist fertig falls du hunger hast kannst du was nehmen eigentlich noch die rübe mangosamen schwarzer samen einen ketchup samen ananas und so ananas kann ja oder ein backen vorige ich habe ein stück ist nicht gestorben wie kann das wagen ich versuche ich komme ob ich irgendwie feine machen kann ich brauche immer noch kunststoff ja ja ich hätte nirgendwo kunststoff was hat ja eigentlich rote blume ach komm mal da man kann die steine sogar werfen war hier drauf das war hier pass auf und so jetzt darüber ich werde ich werde darüber ins wasser und wir haben genug steine lassen wir ja auch meinen spaß haben und dieser heiter der immer so durch unser fluss durch schwimmt mama mich kann bis ein bisschen wahnsinnig schau mal nach ob ich irgendwie der vogel schreiche machen ich brauche nägel und ich brauche kunststoff schanier hat gesagt brauchst du für was da kann es ja nicht so wichtig gewesen sein ich glaube ich wollte mal oder ach so für 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 lager dafür schon eher kannst du die billigen herschen da was wichtig ist mal die für ein großes lager damit wir mehr platz haben macht doch lieber ein kleines teile waren die wasser für alles mögliche brauchen wir schon ihr dann haben wir mehr platz da haben wir wieder mehr plätze ich trübe normale hersteller noch für antennen für empfänger brauchen wir ja auch noch ja ich weiß kommt da metall waren das kann ich mir schon hier machen springen klar da kommt davon zu ich wollte es soll ich drücke immer versehen sich auf lagerräume lager irgendwann zum einschmelzen kopf war immer alles eingeschmerzt war haben eigentlich haben santa hatten wir seetan naja kann aber gucken ob man noch einschmelzen kann also sandkirken kann man einschmelzen ich komme mit gläser erstellen aber die kann man auch vier mal benutzen dahin ist noch ein fluss und unsere ernte ist glaube ich so gut wie fertig ich nicht hier noch sie sind vorside unseren baumann siehe den baumann ich habe keine hallo ja unsere melonen und wenn er mal irgendwo sein ich sehe nirgendwo da wollte ich machen naja die heute mal ich bin die ganze abgelenkt so nein klanken gehen wir jetzt auch aus habe ich glaube ich noch genug ob ich zumindest ich weiß es nicht heim sahen nach vorschuss der schmeingert war die ganze zeit abgelenkt von irgendwas da kann man ja auch man rote bären kann man nicht hier kann man erkunden rote blume ich weiß nicht was ich davor stand aber okay da aber du hast du weißt ich war was du damit davor schaust aber du hast es davor manchmal weiß ob du mal mit auch gehabt wir sind hier voll mit kartoffeln naja ich bin die ganze zeit hier auch welche machen da ist ein polzen schwarze blumen glaube ich noch nicht ich habe noch 20 planken weiße blume rote blume blaue blume schwarze blume schon erkundet weiß auch okay man kann schon gegen den baum schlagen okay ich habe ja ich wollte nur austesten ich mache den baum natürlich noch nicht kaputt außer dass ein paar steine und planken ich brauche sechs planken und drei steine hast du soviel habe ich habe ich ja habe ich alles warte mag ich die eben fertig drei vier fünf sechs moment warte hier sechs planken und sechs steine bitteschön dankeschön warte wo es überhaupt wo man der der reiniger da war ja trinkt auch und trinkt lieber auch noch was und übrigens unsere ernte ist fertig ausgezeichnet so viele samen für wieder ha ja pflanzt direkt neue samen dann kümmere ich mich direkt um die ernte genau kann man direkt für unser million jetzt in unserem million so viele anerlassen zu viel bündel melonen ja pflanzen neue melonen ich kümmere mich um die befesserung kann man diese beiden auch und pflanzen keine ahnung nume stück geh weg da kann man nicht anfangen schade das schon neun neue samen angepflanzt nein dann mach das bitte mal dann pack ich dir ein dann sind denn 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 da und pflanzen mehr habe ich nicht an samen also pack ich die da rein so ich mache den behälter wieder voll und geht weg von unserem schuh da soll ich mal wasser drin aber jetzt kann man daran hauen planke palmsamen beim blatt planke kokosnuss weitwesen nach der koks ist was mache ich ich hole mal ein mango sagen wenn ich die finde passt nicht da ein passt nicht da rein da ist nur für bäume glaube ich habe ich auch gerade versuchte schade das war so wasser drin ist ja gar nicht ja da habe ich gerade was reingetan und ich habe die pflanzen gerade alt da kann zu lott hier ist noch so gut wir finden das lott leer haben schon alles weg gelootet unsere kunststoff brauchen wir noch ja du stück ich habe ihn gesehen ja spring mal machen salto ja ich hoffe dass jetzt nicht die japaner noch kommen ja so viele kartoffeln die ich meine mentale jetzt hast du irgendwas geben selbst um aber da haben schon und pflanzen so jetzt kann der baum wachsen und was trinken und noch was trinken und was essen so was kann man denn mit kupfer noch so machen offen vorgeles braucht man die riesen muscheln wir waren sechs planken und vier palmblätter ich habe nur zwei palmblätter palmblätter davon kann kann ich dir richtig viele geben warte komm her ja so 20 so erstmal zu seite verarbeiten muss ich ihn gepackt da und für sechs planken brauche ich noch glaubt damit kann ich dir jetzt nicht mehr so sehr dienen ich habe nämlich noch elf aber ich gebe sie dir trotzdem sind da da wisse vier fünf ich muss in die anzahl damit ändern den nur rechte maustaste gedrückt hältst kann es dir mal einen kannst du mal einen rausnehmen also nehmen und hier hast du sie sechs planken bitteschön so ist mir auch die riesen muscheln finden warte mal die rezepte hier kommen auch an den ein ding packen das ist eine rote blume was hatten die hier sind und silberalgen aber paketieren hin die rezepte muss unser grill das genau so scheiß tricks vogel kann so sein dass ich keine munition habe so rezept hier ich hier ich brauche unbedingt kunststoff ja ich auch da gehen wir mal schlafen wir haben zweimal ein rezept für gemüse super sicher ja ich weiß ich ja ich ja und ich habe die zweimal gefunden wir schlafen ich mein haken auswerfen wo sie mein bettchen ich sehe gar nicht mehr im dunkel warte mal ich schaue nach wo ist die riesenmuschel groß riesenmuschel eine lage ist auch vollkommen leer weil ich das hier auch gerade erst hingesetzt habe aber und da die nägel kommen da rein nägel bräuchte ich werde ich sechs nägel hätte und dann noch ein paar planken könnte ich dir nämlich auch eine hänge mathe machen neben dem vorschuss ich stelle mal ein vogelnest ein ort an dem sich sehen wir von ausruhen hatte ausreichend abstand da die vögel sehr schreckhaft sind ok und packen wir dann mal keine ahnung kriege schon alles so fast kaputt wo packen wir jetzt hin keine ahnung man ich bräuchte sechs planken noch hier kann ich nämlich ja das denn ach so dass das vogeln ist funktioniert ich hoffe ich habe auch dass es funktioniert also wenn ich sechs planken hätte dann könnte ich die auch eine hänge bauen und ich habe gar keine planten ich habe nur noch vier wir müssten irgendwann mal wieder auf loot treffen oder irgendwie auch nehmen warte mal moment mal der baum da war es mit dem wenn der baum fertig ist das werden unsere planken ja ich bin schon gerade einmal abgeholzt als er fertig war ja aber wenn er fertig ist dann holst ich ab vielleicht kriege ich ja dann sechs planken zusammen da kann ich ja auch eine hängematte machen dann kannst du ein altes bett umtauschen hängematte ist jetzt nicht so wichtig finde ich ich will will deine baume hast du auch den luxus ja wir sollen erst mal andere sachen ja noch machen ja und dann müssen wir noch die ganzen empfänger und soweit alles hier machen man hat die alles von der hängematte verbraucht haben wir haben wir genug zeit ich meine für die hängematte brauchen was braucht man überhaupt für den empfänger leiterplatten und also das brauche ich alles für die hängematte gar nicht ja macht das hängematte oder bett ok man kann nicht man kann sich entscheiden ob man da auch ein bett machen will ich brauche kein hängematte moment ja hier man kann sich auch ein bett hier machen ich mache mir schon eins wenn ich eins brauche so machen wir diese blumen irgendwie für irgendwas naja würden nur für farbe ich weiß weg ja ich weiß nicht für die fitter auf jeder fitter auf jeder insel die dinger ja ich flanke ich pflanze direkt mal neue samen so weiter mal als eingeschmerzt war einschmerzen können wo waren noch mal die samen neben dem baum habe ich den baum ja da wo die möhre ist die ruf ich jetzt erstmal raus raus und keine wassermelonen samen mehr schade blut und eine insel ist die insel oh mein gott kunststoff kunststoff damit da sind wir viel kunststoff ein werde ich hier bei der anlass und anlass so wie lange habe ich darauf gewartet ich diesen lud meine güte also wir waren ja noch nicht unser random generiert das weiß ich bis heute noch nicht es ist auch nicht auf den seien volle fahrt voraus dafür braucht sich kunststoff noch mal ich weiß nicht aber wenn die noch der reiniger der ex der ferngas heiköller schaufel ich weiß wofür ich den kunststoff brauche ich brauche ich brauche den um neue pfeiler zum ich habe ich habe ihn gesehen mein gott wo sind die unser empfänger wenn empfänger kunststoff planken leiterplatte und scharnier da wo das loszeichen ist hat ja ja ich habe sagt das ist wichtig hier so für platt und so ja sehr 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 fahrbar den anker aus anker werfen dafür zeigt wir haben nämlich noch mehr unter wasser genau wie man als möglicher meistert ihr erzt ja damit steine steine verdammt ja aber auch als eine kleine insel aber ich nehme sie am on top of the world machen wir schrott schrott brauchen wir eigentlich nicht mehr doch könnten wir mitnehmen mit schrott kopf war damit stein müssen wir ja wieder metallerz und ein bisschen sand weiß was wir jetzt schmelzen können da sie sehen kupfer ja ich muss auch da mal ein bisschen sand wahrscheinlich wieder voll nein ich hoffe man kann sich irgendwann mal irgendwie so ein rucksack oder irgendwie dort bauen aber mehr schleppen kann oder so wenn nämlich wichtig war metallerz und hat sich gerade hat mich verfehlt angst bekommen also meinen kopf gesehen irgendwann neues hier noch mal noch nicht erkundet haben und so bank 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 ist noch ja irgendwie was spannendes kupfer damit zum spielen und schokolade ja 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 naja ja doch mal mit napfel das eigentlich so karen auch einsammeln im volk choral wir gerade die schöne entspannt muss ich da kommt ja und haut mich ich sterbe okay das kunststoff mit der schön viel sand ja so ihr trickst so ihr möwen euer letztes stücklein hat geschlagen nein ich habe noch nicht genug kunststoff ich bin leicht tot ausfluss und zwar schnell kann man gehen weiter ich muss trinken und trinken der baum ist fertig kein samen kannst du noch neun samt das war das ist ein wichtiger ich nehme ein glas ist wichtiger weiß man nicht wofür aber okay kistenleiten sind ich kann ihn nicht erreichen weil weil ich einfach nicht mehr so so viel energie ab so beim sagen wir noch mehr als genug ja das war direkt neuen baum ich brauche mal so eine flasche ich habe keinen platz ich habe ein dekorationspaket das denn her eine malerei ich bin ich kann jetzt kunst machen kunst stoff herr wie bist du dazwischen gekommen wir sind ganzen netzen hier war zwei fässer zwei fässer ja fässer genau die kommen direkt auf und zu wir haben sie und dann kommt noch eins sich auch also viele planken nur planken waren dann ich hatte ich hatte auch eine rohe kartoffel und noch einmal ich versuche mal so ein empfänger herzustellen wo ich noch zwei leiterplatten für leiterplatten noch eine haben wir eine aber gar nicht mehr verdammt sich einmal bei der forschung drauf gegangen ja dort glas ich kann den tennis mal herstellen ok das glas ist schon davor sterben normal schrott ist davon aber mehr als genug wiese genießen gieße sie ein wenig und erhältst gras für deine tiere schmutz sieht schmutzig aus fortgeschrittenes sammeln jetzt fängt automatisch gegenstände auch die einstellen kann mehr objekte enthalten als ein einfaches sammelnetz man kann jetzt kabelfernsehen empfangen kabelfernsehen ist gut dass das mein fernseher davon nicht betroffen war und frist hat das ist noch mal diesen empfänger erstellen ich nehme man dann geht es wieder ein bisschen rund hier und dann kommt es wenn wir die empfänger haben ist sie haben das spiel geworden sie wurden gerettet also ich da kommt stoff wie alles machen um das los zu erweitern ich brauche heute den kunststoff damit ich mir pfeile machen kann so das habe ich wieder pfeile aber lassen lassen das erstmal schlafen gehen da habe ich doch sage ich doch dass das passiert glaubst mir nicht nicht schlafen gehen aber ich habe durst da ich bin dann verdursten 30 tage ausgezeichnet 30 tage überleben ein paar mal gestorben ja bin ich ja auch ich bin ich bin auch einmal gestorben ich brauche wasser also sind die anderen dass sie alle fällig trinken haben ja jetzt nicht mehr ich habe alle anderen hast und ein bisschen von dem melonen gegessen jetzt bin ich ja voll ich war einfach hier von verpfuttern können mehr mal ich habe ich habe ich habe hunger ich auch ja ich war wo sind die grille flügel stimmt geflügel damit mein letztes es klaut jetzt muss ich ja melonen und bären als so lange bis bei der angel schlappt macht aber ich glaube ich glaube sowieso das sind bald sowieso und dass der part sowieso bald zu ende ist ja bald zehn minuten so ruhig gerade sagen ich wollte schon sagen warum ist denn der so ein schön da weil ich mal wieder keinen platz habe und starb da immer weiter immer weiter okay wo noch gemacht ich sehe ich sehe gerade dahin ist eine insel das ist doch immer irgendwo hin ja irgendwie ja ich habe den vorgeles für dich gebaut gefecht dahin ja also hier so meine angefangenen dann sägern wir mal dahin wenn ich das dinge treffen könnte okay warte mal was wo ich den film für die bessere tage dafür wo ich noch ein bolzen ich muss immer mal ein metall nehmen welchen weiß wo sind unsere beteilbaren da im forschungstisch oder neben den neben das schmelzen müssen wir sein ja ja ich habe ich habe ich habe ihn gefunden man müssen ja nur lachs beim baum ankerlichten ankerlichten oder also angelegt ist sehr gut ich bin mit erfolg davon will ich wahr sein das stimmt ich habe ja auch kein platz mehr ein bisschen schon da ist nicht eingepflanzt mangosamen konnte man hier ein pflanzen oder nicht ja doch doch könnten kann man ein pflanzen und nämlich einpflanzen hast du den geraten mangosamen zur hand ja daneben neben dem baum habe ich die eingepackt aber ich konnte nicht einpflanzen passt auf eine große anbaufläche an der wahl erhalt passt auf eine große anbaufläche habe ich versuchte aber ging nicht dann mache ich fällt dem baum ich versuche es mal eben wenn wir keine kartoffeln mehr und sind die kartoffelnausgaben wie sind da passiert keine ahnung wie das passieren konnte ich muss ich muss es aber erstmal hier damit wollte erstellen also holzen mache ich mir jetzt auch mal eine verbesserte angel noch mal keine kartoffeln mehr bald sind passiert doch ich ja ich habe den mangosamen platziert wo er auf der großen anbaufläche wo der baum war ich glaube ich anders oder so versucht dazu platzieren mal platz ich muss man so dass er gerade das ein riesen das ein hecht drauf ist das nicht ich habe so viele seile ich habe auch so viele seile und ich mache mir jetzt noch mehr seile das haben wir eine mango so ich mache mir wieder unser teilvoll da kommt man bei einer schmelzung drin da ist was drin aber es ist noch nicht fertig oder ist aber drin aber bauen wir denn eher so steine steine bauen wir doch gar nicht eigentlich sand kann man brauchen metall ich habe ich habe so so viel so viel zeug ich weiß gar nicht wohin damit da sind die zwei kisten die sind vollkommen leer zwei große kisten erwarten wir natürlich jetzt mal und sagen wir da reintun oder als wir eine muschel jetzt gezielt noch auf ein glas noch ein metaller herz nehmen das ein stein weil man sich eigentlich eigen sind eigen sind nehmen sie mit ich nehme ich mal immer mal die mögliche erst mal den lachs auf alter von dem haifleisch passt einfach mal drei darauf naja habe ich jetzt auch gerade gemacht ja und es muss noch größer werden ja damit es ins markt oder irgendwie sollte es mal akt sie so aus ja ich finde ja so viel seetank so weiter nach seetank deswegen aber dass die tonne suchen und ich baue eigentlich meine flasche suchen endlich machen weil ich da kommt ja ich bin hinterm felsen er war machst du jetzt kommst du nicht vorbei ich weiß nicht ob hier schon war irgendwie trifft mich da einig und für mich die ganze zeit da bist du ja was da wenn du haben wenn du hungrig bist nimm dir ruhig also wenn du wenn sie hungrig sind entnehmen sich gleich wenn wir wenn es fertig ist das heilt eigentlich nicht so machen wir ja kartoffeln und sind die kartoffeln ausgang wissen da passiert keine ahnung was man empfohlen wir sind wir sind deutsche wir haben wir futtern und dann kartoffeln für unser leben ok wir sind schon wieder fertig muss noch mal gießen ja den baum wenn du wieder ein jetzt habe ich das rohe fleisch gefüttert und ich glaube das hat mir sogar etwas lust gemacht ja 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 hier nimmt nimmt nur wieder gebraten kannst du auch da essen oder ich so viel machen es ist egal so na gut dann nehme ich es mir halt doch ja okay dann ist der party zu langsam vorbei na ja ja hast du noch irgendwelche abschließenden worte ja außer dass wir jetzt unser überleben perfekt abgesichert haben ja ja ich meine sehen sie uns an ja ich habe ihn nicht auf warum nicht irgendwie nehmt ihr mir sind mir so ein bisschen sie sieht die ganzen lud an naja und er hat uns alles was das licht berührt alles was das wasser berührt ist unser königreich ja das ist unser königreich also jetzt sage ich mal viel besser da alles kommen und so boah das alles gehört uns als der kunststoff mit unserem fluss erweitern können ja noch ein ding damit wir feile machen können damit gegen geier und so verteidigen können dann würde ich sagen wir sammeln noch beiden fässer ein ein und ein haken war nicht mal in der nähe voll passt und trotzdem bei mir nicht doch nicht so ich sammeln jetzt noch das letzte fast ein und dann sollten wir also langsam beenden da verdammt doch ich kriege noch die reihe zu ende noch so vier kunststoff 1 aber eine reihe noch fertig hier mit dem fluss nein trotzdem getroffen noch 500 items und nein ich brauche doch für meinen beim nächsten mal zieht sich eine schrotwende raus aber er kommt damit ist der part jetzt vorbei bei danilo sagt tschüss 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 t